Jo Freunde, was geht? Einen wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Tag zeige ich euch auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop, wo es sogar ein kleines Special drin gibt, also klicken wir direkt mal drauf. Und zwar haben wir ein neues Spinnpaket von der, wahrscheinlich die liebe Loya, Loya, ich schätze mal, ich kenne den oder die Streamerin, YouTuberin nicht, Loya. Auf jeden Fall hat er oder sie ein eigenes Spinnpaket bekommen, allerdings gab es da gerade noch einen großen Bug mit dem Paket. Und zwar wurde es einfach nicht angezeigt, also man hat es hier nicht gesehen, es wurde jetzt nachgepatcht, weil es hat sich rausgestellt, Epic Games hat einfach vergessen, diesen Bereich hier im Shop in die API hinzuzufügen. Und deswegen hat es niemand gesehen, dieses Paket, also einfach nur ein dämlicher Fehler, hat Epic Games ausweisend vergessen, in die API zu packen, ja. Haben sie jetzt schnell nachgepatcht und jetzt ist für alle hier das Paket drin, einmal bestehend aus der Steinherzfrau für 1.5. Dazu die Nachteule, die hört sich so an und dann noch Discofieber. Finde ich auch cool und was ist noch ihre Lackierung? Oh, die Nullpunktstrahlen, okay, ja, freshes Paket ist jetzt nicht das krasseste, ich fand da gab es schon krassere noch, aber auf jeden Fall kein schlechtes Paket. Gibt es hier, ah, ich weiß nicht, ob es da Rabatt gibt, ich habe, ich habe schon alle Sachen anscheinend, äh, Weird Flex an der Stelle, anscheinend habe ich schon die ganzen Sachen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es da irgendwelchen, irgendwelchen Rabatt gibt und wenn ja, wie viel. Machen wir weiter, nämlich mit dem Bullseye Skin, der ja inzwischen sogar drei verschiedene Styles hat. Achtung, der letzte schaut sogar auch ganz cool aus, der hier, genau. Finde ich cool, nicer Skin, Ex, mh, auch in Ordnung, würde ich mir aber eher Bullseye holen. Der Totenschützel, recht teuer leider, ja, für 1,5 oder 1,2 vielleicht noch, aber so ist der relativ teuer. Die Spektral-Sense, auch okay. Die Welle des Todes, auch eine sehr coole Lackierung, die könnte ich mir echt schnell mal holen. Ich habe zwar schon viele Lackierungen, aber die ist sogar ganz nice. Dann die Zuki, finde ich auch geil, hat auch ein ziemlich cooles Schwert hier auf dem Rücken, ja, nicer Backpack, gefällt mir. Kupferwespe, finde ich nicht so geil, habe ich mir auch nicht gekauft, finde ich eher hässlich. Heftige Heap, mir auch zu teuer. Ah, und die Stachel-Lackierung schaut irgendwie so mega basic aus, habe ich mir auch nicht gekauft. So, weiter machen wir dann mit der Arctic Assassinen für 1,2, der Gesandten, dem Sternstab, oh, da werden sich einige Leute freuen. Ah, ist ein nice Hackel, dann Hüpflammer, auch ein cooler Emote und die, oh. Uh, die ist neu, knallbunte Farben, ne, knallbunte Form heißt sie. Wer lesen kann, ist klammvorteil. Für 500 E-Bucks eine neue reaktive Lackierung. Okay, der reaktive Effekt ist ja mal so ultra schlecht. Da passiert ja gar nichts. Okay, da ändert, hä? Was ändert sich da jetzt bitte beim Schießen? Basically nichts, hm. Also, das finde ich ein bisschen enttäuschend, aber sonst schaut sie hier ganz cool aus. Also, die Animation gefällt mir. Aber, hm. Ähm, ich finde diese reaktiven Sachen könnten bitte noch ein bisschen krasser sein. Dann, äh, von gestern Kuschelkönig und Liebestau noch drin. Also, die ganzen, ja, okay, sind die ganzen Sachen der letzten Tage, sind hier immer noch drin, die ganzen Valentinstagsahen. Ich denke mal, die werden auch noch bis zum Valentinstag drin bleiben. Die Pakete und, äh, der ganze restliche Stuff auch noch drin, haben wir schon alles gezeigt. Jo, also cooler Shop heute, gefällt mir. Das Paket wurde jetzt, wie gesagt, auch gefixt. Also, falls ihr es am Anfang nicht gesehen hattet, jetzt ist es wieder drin. Falls ihr euch da heute was holt, nutzt gerne den Creator-Code SNOXY und lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo hier auf dem Kanal da. Und dann sehen wir uns jetzt vielleicht gleich auf Twitch. Ich bin noch wieder, wahrscheinlich wieder im Livestream, also schaut gerne vorbei. Ich freue mich auf euch und dann bis gleich auf Twitch, Leute. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.